Nun habe ich in einer, ich muss sagen, sehr glücklichen Jugendsituation gelebt. Meine Eltern waren seit 1933 getrennt und später geschieden. Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, die ein sehr politisch empfindender und denkender Mensch war und die jedes Unrecht, das geschah, auch unmittelbar gespürt und in ihrer eigenen Emotion umgesetzt hat. Mein Vater war ganz anders, aber mit dem hatte ich keine Beziehung. Der war auch Nazi und es war immer das Problem, dass er von dem politischen Klima bei uns zu Hause, bei meiner Mutter und mir, nichts wissen dürfte, weil das sofort einen Eingriff sozusagen über das Vormundschaftsgericht hätte bedeuten können. Dazu kam, dass die Schule, an der ich meinen Unterricht genoss, also das Gymnasium, mit einem Lehrkörper besitzt war, der aus, ich würde sagen, konservativ-bürgerlicher Tradition heraus nicht faschistisch war, was sich bis in die Einzelheiten des Unterrichts hinein manifestierte. Die Schule hieß lustigerweise Adolf-Hedler-Schule, obwohl sie in Frankfurt die Schule war, die am antifaschistischsten war. Sie waren 1933 bei der Zusammenlegung zweier Schulen so nach dem gerade neu gekürten Führer benannt worden. Aber wie gesagt, das Kollegium und insbesondere das Kollegium in der Zeit nach 1938, 1939, als die jüngeren Lehrer dann schon beim Militär eingerückt waren, war durchaus kritisch dem Nationalsozialismus gegenüber eingestellt. Vielleicht sollte ich da eine Anekdote einfließen lassen. Wir haben im Lateinunterricht den deutschen Wehrmachtsbericht während des Krieges ins Latein übersetzt. Das war so entlarvend, weil bei der Übersetzung die gesamte ideologische, propagandistische Phraseologie der Goebbels-Propaganda zusammenfiel in sich. Es musste sachlich in lateinisches Cäsarlatein übersetzt werden. Mit solchen Kleinigkeiten wurde bei uns also doch einiges an politischem Bewusstsein geweckt.